Sie hören Die Marschlandmorde von Lars Olsen, gelesen von Dominik Kolb, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Prolog, Sundtrup 2010 Niles Herz schlug bis zum Hals. Was war das? Was läuft da? Sie kauerte sich im Igluzelt zusammen, während ihr Bruder draußen vor Schmerz aufschrie. Ich muss ihm helfen, dachte sie, doch die Angst hielt sie davon ab, den Reißverschluss zu öffnen und rauszugehen. Ich kann einfach nicht, ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Wahrscheinlich dasselbe wie Niles, und das kann nichts Gutes sein. Hilfe, rief Niles plötzlich. Nele hasste sich dafür, dass sie ihrem Bruder nicht beistand. Sie hielt sich die Ohren zu, während die Schreie immer lauter wurden. Wie aus dem Nichts meldete sich plötzlich ihr Überlebenstrieb. Nele zog hastig ihre Hose an, riss das Zelt auf und rannte los. Weiter, nur weg von hier. Sie hatte nicht einmal Zeit, ihre Hose richtig zu schließen. Mit jedem Schritt rutschte sie ein Stück tiefer. Im Augenwinkel sah Nele ihren Bruder blutüberströmt auf dem Boden liegen. Für einen kurzen Augenblick berührte er noch ihr Fußgelenk. Aber Nele war nicht mehr aufzuhalten. Meter für Meter rannte sie durch das hohe Gras der Salzwiesen. Nils Schreie wurden immer leiser. Ich muss mich erst um mich selbst kümmern. Sollte ich auch verletzt werden, hat keiner was davon. Wenn ich endlich zu Hause bin, benachrichtige ich die Polizei. Aber was sage ich ihr? Ich weiß ja selbst nicht mal, was gerade hier passiert. Rechtfertigte Nele sich vor sich selbst. Nele verspürte auf einmal große Kraft. Ihre Hose hing inzwischen fast in den Kniekehlen, weshalb sie nur kleine Schritte machen konnte. Zum Hochziehen war jetzt keine Zeit. Nele drehte sich um. Es war niemand hinter ihr. Zumindest sah sie keinen Menschen hinter sich. Vielleicht hielt er sich jedoch auch im hohen Gras versteckt. Ein Anflug von Panik überkam sie bei dem Gedanken. Welche Richtung soll ich einschlagen? Weiter nach Süden, durchs Gras oder durch den Priel nach Osten? Im Gras kann ich mich verstecken. Wenn ich den Priel durchquere, verschafft mir das etwas Zeit. Nele entschied sich für den Priel. Sie kümmerte sich nicht darum, ob ihre Hose nass wurde. Vorsichtig setzte sie ein Bein in das langsam in Richtung Meer fließende Gewässer und hielt sich am Rand des Priels fest. Der Boden war morastig, und um nicht einzusinken, durfte sie nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben. Wieder und wieder drehte sie nervös ihren Kopf nach hinten. Es war immer noch niemand zu sehen. Ihr fiel gar nicht auf, dass ihr Bruder nicht mehr schrie. Endlich erreichte sie das andere Ufer und verließ das Wasser. Sie nahm sich einige Momente, um durchzuatmen und ihre Hose richtig anzuziehen. Zum ersten Mal war sie froh, regelmäßig im Sportverein zu trainieren. Hat sich da hinten im Gras etwas bewegt? Die Angst, weiter verfolgt zu werden, trieb sie voran. Plötzlich trat sie auf einen großen Stein und knickte um. Sie schrie vor Schmerz auf und fiel zu Boden. Sofort rappelte sie sich wieder auf. Das Adrenalin in ihrem Körper überdeckte den Schmerz in ihrem Fuß. Fluchhund bemerkte sie, dass sie in einem Bereich unterwegs war, in dem über einige hundert Meter viele weitere Steine und kleine Felsbrocken verteilt lagen. Um nicht auf sie zu treten oder darüber zu stolpern, musste Nele viel Geschwindigkeit herausnehmen, was bedeutete, dass sie ihr potenzieller Verfolger ein ganzes Stück Strecke gut machen konnte. Panisch drehte Nele sich noch einmal um. Während sie dabei den rechten Fuß nach vorn setzte und nicht sehen konnte, wo er aufkam, spülte sie plötzlich wieder einen großen Schmerz. Ihr Fuß war ungeknickt. Sie hatte ihn auf einen rutschigen Stein gesetzt, schrie laut auf und sackte zusammen. Dass Nele mit dem Knie auf etwas Hartem landete, nahm sie noch wahr. Als ihr Kopf jedoch auf den größeren Felsen ein Stück weiter vorn prallte, hatte sie bereits das Bewusstsein verloren, und um sie herum war es schwarz. Kapitel 1 Der Himmel über Hamburg war wolkenverhangen, grau und passte ziemlich genau zur Stimmung von Kriminalkommissar Ole Voss, der, wie so oft in letzter Zeit, heute Morgen bei seinem Hausarzt und nicht bei seiner Dienststelle aufschlug. »Wie lange sind Sie jetzt schon krankgeschrieben?« fragte Dr. Rost und tippte aus seiner Tastatur herum. »Seit etwa zwei Monaten«, antwortete Ole. Er musste nicht lange überlegen. Seit er im Büro zusammengebrochen war, zählte er die Tage, und heute Morgen waren es genau sechzig. »Und wie fühlen Sie sich? Spüren Sie eine Verbesserung im Vergleich zu vor zwei Monaten?« hakte der Mediziner nach. Ole zögerte mit seiner Antwort. »Ich weiß nicht, eigentlich fühle ich mich nicht anders. Ich bin immer noch lustlos und erschöpft. Und wenn ich mir vorstelle, nächste Woche wieder arbeiten zu müssen, könnte ich weglaufen.« Dr. Rost nickte. »Das ist ganz typisch für ein Burnout. Vor zwei Monaten dachte ich, Sie hätten ein normales Verschöpfungssyndrom. Jetzt bin ich mir sicher, dass da mehr dahinter steckt.« Burnout. Ole hätte nie gedacht, dass er mal eins bekommen würde. Und jetzt? Jetzt saß er hier und musste sich von Dr. Rost seine Optionen erklären lassen. »Ich empfehle eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung. Einmal die Woche eine ambulante, 45-minütige Sitzung, sowie parallel dazu ein Antidepressivum. Das nehmen Sie täglich«, sagte Dr. Rost. Ole schüttelte den Kopf. Er musste die Nachricht erst einmal verdauen. »Ich möchte keine Medikamente nehmen. Außerdem habe ich Zweifel daran, dass mir eine Therapie hilft. Da liege ich auf der Couch und muss mir von einem völlig Unbekannten irgendwelche Ratschläge geben lassen.« »Dann erklären Sie mir bitte, warum Sie sich an mich gewandt haben. Sie müssen sich schon helfen lassen wollen. Außerdem haben Sie falsche Vorstellungen«, sagte Dr. Rost. »Ich will mir helfen lassen. Verlängern Sie einfach nochmal meine Krankschreibung. Ein bisschen mehr Erholung wird mir guttun. Die letzten Jahre waren immer anstrengend. Sie werden sehen, dass es mir in ein paar Wochen wieder gut geht.« Dr. Rost nahm seine Brille ab und massierte sich die Nasenwurzel. »Ich kann Ihnen nur einen Ausweg aus Ihrer Krankheit aufzeigen. Gehen müssen Sie ihn schon selbst. Glauben Sie mir, dass ein Burnout nicht von selbst wieder verschwindet.« Nach einer kurzen Pause fuhr Dr. Rost fort, »Wenn eine Medikation oder eine Therapie nicht in Frage kommt, sollten Sie wenigstens versuchen, in Ihrem Leben etwas zu ändern. Beruflich oder privat. Ein Burnout kann sich auch über Routinen und immer gleiche Tagesabläufe über Jahre unbemerkt einschleichen. Etwas frischer Wind kann da helfen. Überlegen Sie doch mal, ob es etwas gibt, was Sie in Ihrem Leben schon immer mal tun wollten.« Ole fiel spontan nichts ein. »Vielleicht kann eine Beziehung Ihr Leben auch bereichern. Sie leben doch allein?«, versicherte sich der Arzt. »Ich war eigentlich all die Jahre recht glücklich ohne Frau«, antwortete Ole. »Sie sind offenbar gerade alles andere als glücklich. Wie auch immer, etwas scheint in Ihrem Leben zu fehlen, und das teilen Ihr Körper und Ihre Psyche Ihnen gerade mit. Gehen Sie doch mal in sich. Ein bisschen Ruhe wird Ihnen dabei helfen. Ich werde Sie derweil für zwei weitere Wochen aus dem Verkehr ziehen.« Dr. Rust begleitete Ole zur Tür, der sich bei der Assistentin den nächsten Termin geben ließ. Als Ole draußen vor der Praxis stand und dem Straßenlernen zuhörte, wurde ihm bewusst, was der Doktor mit Ruhe meinte. Es war so laut und hektisch hier in der Stadt, dass er sein Inneres selbst nicht mehr hören konnte. Wie sollte er wissen, was er wirklich im Leben wollte, wenn er sich selbst schon, wer weiß, wie lang nicht mehr zugehört hatte? Seine Seele schrie vermutlich um Hilfe, und er ignorierte es. Vielleicht brauchte er wirklich eine Veränderung. Er wusste zwar noch nicht welche, aber er war entschlossen, es herauszufinden. Ole fühlte sich eigenartig, aber vermutlich war das normal nach einer viermonatigen Auszeit. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal so lange am Stück nicht gearbeitet hatte. Hinzu kam, dass sich in den vergangenen Monaten eine Menge geändert hatte, was seine innere Einstellung betraf. Wie sein Arzt es ihm geraten hatte, war er in Ruhe in sich gegangen und hatte dabei erfahren, was er wirklich wollte. Obwohl er bezweifelte, dass sein Chef seine Entscheidung gut fand. Ohle klopfte an die Bürotür von Hauptkommissar Henning Weiler und wurde prompt hereingebeten. Als Ohle das Büro betrat, stand Weiler zur Begrüßung sogar auf und schüttelte ihm die Hand. Viele Chefs wären vermutlich zurückhaltend gewesen und hätten einen versteckten Vorwurf, ob einer so langen Vielzeit eingestreut. Nicht so Henning Weiler. Er reagierte überschwänglich, als er seinen besten Ermittler zurück im Dienst begrüßte. Ohle bekam fast ein schlechtes Gewissen, doch er musste jetzt an sich denken. »Setz dich. Wie ist es dir ergangen?« fragte Weiler. Ohle nahm auf einem der beiden Stühle vor Weilers Schreibtisch Platz. »Ganz gut. Ich fühle mich viel besser.« »Das ist schön. Wir hatten hier echte Probleme ohne dich. Aber keine Angst, das soll nicht heißen, dass du jetzt wieder von Null auf Hundert durchstarten musst. Komm erst mal wieder rein«, sagte Weiler. »Ich payments«, Vielen Dank.